Oha! Bring home the beacon! Der ist mal einmal am End und baut das erste Mal ein Beacon auf und dann gibt es einfach hier direkt, ne? Dass man einen herstellt und dass man noch full power powert. Aber ich habe noch gar nicht eingeschaltet, also ich habe bisher einfach noch kein Beacon gebraucht, Leute, es tut mir leid. Haste, Haste 2, hauen wir rein und let's go. Demnächst ist ein bisschen Obsidian notwendig, also let's go und wir bauen hier mal das Ding weg. Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Craft Attack 9. Und heute kümmern wir uns mal an eine Sache, vor der ich mich ungefähr schon die ganze Staffel drücke und auch in anderen Projekten schon gedrückt habe. Eine Sache, wo ich immer denke, ist ein bisschen komplex, ist ein bisschen viel Redstone und um da ranzukommen, ja, da musst du wieder ein Tutorial gucken. Das geht dann wieder zwei Stunden, bis du es hast, damit da alles funktioniert und dann musst du ein bisschen da durchfriemeln. Nämlich Baumfarm, vollautomatische Baumfarm, die jetzt unter anderem auch mit 1.17 geht. Die haben wir noch gar nicht gebaut bisher und das ist auch nochmal was anderes, weil normalerweise müssen wir dann Setzlinge setzen, ja. Da hat man schon in Craft Egg 7 zuletzt gehabt, dann wächst der Baum, da wird dieser abgebaut, also wenn die Blätter zerquetscht, die Pistons schieben dann die Stämme weg und hinten wird es gesprengt nach Blastchamp und sowas hier und die da, ne. Das war ein bisschen aufwendiger. Und in 1.17 gibt es noch eine Möglichkeit. Wir können ja mit Knochenmehl, welches wir machen auf Moos, diese kleinen Azalea-Saplings wachsen lassen und wenn wir dann nochmal drauf Knochen mehlen, dann wird aus diesen Saplings ein Baum. Das heißt, wir müssen die nicht mehr bei Hand platzieren theoretisch und könnten das vollautomatisch, wirklich vollstautomatisch Holz farmen. Wir schieben auf der einen Seite Knochenmehl rein, auf der anderen Seite ziehen wir die Holzstämme raus. Das funktioniert. Ich hatte gestern im Livestream ein kleines bisschen Zeit. Ich habe mich da mal drei Stunden hingesetzt und ich habe es geschafft. Ich habe einfach eine eigene, auch ein eigenes Design, eine komplett eigene, vollautomatische Baum- und Holzfarmen entwickelt. Dazu würde ich eigentlich vor allem machen, ich müsste euch jetzt im Vornherein mal ganz kurz zeigen, damit ihr seht, wie das aussieht. Und dazu gehen wir an Singleplayer. Okay, wir haben es im Singleplayer einfach optimiert. Ich habe auch wirklich mal gebaut, Sachen optimiert, Schaltungen geändert und so. Ich habe da ein bisschen Zeit reingesteckt, drei, vier Stunden oder sowas. Also, und ich habe auch Folgendes gemacht. Ich habe farbigen Concrete verwendet für die einzelnen Spuren an Redstone, wenn man sieht, was es damit auf sich hat. Nicht wundern, hier die Blöcke, die sind nur zum Vermessen, damit ich die bei mir auf dem Planeten jetzt einbauen kann. Und hier vorne geht es bloß. Grün ist für den Einschaltknopf, Orange ist für die Clock, Blau sind ganz normale Itemkabel einfach nur. Rot ist für den TNT-Duper und Magenta ist für einen Kondensator. Also, die werde ich jetzt immer verwenden, all meine Schaltungen, dass man das ein bisschen besser sehen kann. Und ja, ich werde bei Glinger dazu wahrscheinlich auch nochmal ein Tutorial machen. Ich würde hier das natürlich jetzt aber auch trotzdem bauen einmal, Stück für Stück. Wir sehen es wahrscheinlich da in der Timelapse und auf dem Server bei uns. Tutorial dazu, bitte, bitte, hier, Craftech hat gerade Prio. Wir werden das auf um bestimmte Zeit erstmal nach hinten verschieben. Aber ist halt, da ist ein Marke Eigenbau-Design, das können wir das easy jederzeit noch nachholen. Holzstämmen entstehen hier vorne. Wir haben hier einen Dispenser, der ist mit Knochenmehl gefüllt, da unten drunter nochmal einen anderen. Der untere sorgt dafür, dass das gebaumelt wird, dass hier so immer wieder was wächst, immer wieder was wächst. Pistons ernten das auch wieder ab, damit wieder das Noise wachsen kann. Und wenn ein Baum gewachsen ist, entsteht ja Rooted Dirt hier unten, der wird dann zur Seite geschoben, nach hinten, in die Blasstimme. Also, ich die ist gerade leer, ich habe hier alles weggemacht für Screenshots, bis ich sie nachbauen kann. Dann sorgte dieser Dispenser wiederum dafür, dass das gebaumelt wird und dass dieser Rooted Dirt wieder zum Moos zurückgeht. Also, ich werde den Rooted Dirt nicht mit abfarmen, sondern den einfach wieder in Moos konvertieren, sodass am Ende einfach das Holz rauskommt. Ein Überschuss landet dann hier unten im Becken drin. Ich habe einen kleinen Filter eingebaut, dass wir einerseits hier die Kiste für Holz haben und hier drüben kommt dann Knochenmehl rein, weil da auch ziemlich viel Teppich, hier so Moosteppich und Gras und so ein Seeds, die fallen dann auch noch mit rein. Gut, das Ganze funktioniert einwandfrei wunderbar und ihr werdet es jetzt gleich auf dem Server, denke ich, mal sehen. In einem großen Zusammenspiel und ich freue mich, dass das wirklich so gut funktioniert hat. Ich hätte es nicht gedacht, das war so ein spontanes Ding, aber läuft. Gut, machen wir das doch mal. Ich habe auch noch eine weitere Schaltung, eine weitere Farm. Die habe ich ebenfalls schon fertig vorbereitet und designt. Kommt nochmal in einem anderen Video. So auf dem, naja, ähnlichen Niveau, aber mal schauen. Weiter geht's. Okay, Leute, nächster Schritt. Ich bin auf dem Server. Wo packen wir die Farm denn hin? Wir brauchen Knochenmehl. Das heißt, dort oben hinten hinter die letzte Farm. Das Dumme ist, da ist leider irgendwie nicht so ultra viel Platz. Und, ähm, ne, weil hier das Teil ist. Und wir müssen den Wasserstrom mit dem Knochen halt irgendwie wegführen. Hier in die Ecke ist zu wenig Platz. Deswegen dachte ich mir, das kommt nach unten. Also, das Pferd hier entlang, droppt nach unten und hier unten, den Bereich, wo ich gerade fliege, hier, können wir die hinbauen. So direkt auf dieselbe Ebene wie die Moosfarmen, nur seitlich. Dann kommt das Knochenmehl, nämlich nicht von rechts angefahren, nicht von links. Aber von links kannst du dann trotzdem wieder ganz normal unrequesten, dass es irgendwie nach da oben geht oder so und die Leitung bezieht, dass das Knochenmehl laufen soll. Ich glaube, das wäre eigentlich ganz geil. Dann habe ich hier schon mal Polished Deepslate dabei. Ich habe auch hier meine Redstone-Komponenten geholt. Ich habe auch noch was ganz anderes wieder gemacht. Ich habe hier, äh, Concrete mal vorbereitet, damit wir es schön bauen können. Dazu müssen wir in die Pinke. Ich habe Folgendes gemacht. Die Cyan-Sharker-Box ist ab sofort für Terracotta und die Pinke für Concrete. So, da seht ihr hier Magenta für Kondensator. Das für nochmal ein Item-Kabel. Ein Schaltknopf, Ausschaltknopf für die Clocks, für die Dings. Und was ich im Singleplayer noch gemacht habe, ich hatte halt Kupferslabs genommen. Oxidierte Kupferslabs, die waren für, ja, ganz normal, wenn wir Signal nach oben weiterleiten müssen, dann mache ich das hier halt auch. Also mit dem Oxidized Copper, was ich habe, dann mache ich halt einfach nicht mehr auch Kupferslabs. Weiß nicht. Also braucht man nicht. Ist teuer, ist unnötig. Eigentlich, aber irgendwie auch cool. Ich nehme die Kupferblöcke. So, passt da rein. Ich baue mich da einfach mal entlang. Sorge dafür, dass wir das richtig hinkriegen. Ich würde sagen, die Blast Chambers auf dieser Höhe in etwa. Ich muss gucken, dass das Platz nicht in der Schinne haut. Ich buddel mich mal rüber und dann bereite ich mir alles vor. Und ich lasse am besten auch wieder eine Time-Bestle auf, damit wir das alles hier komplett aufgezeichnet kriegen. Vielleicht ist das schön zum Anschauen. Let's go. So Leute, ich habe mal den Startpunkt ausgemessen. Ab hier geht es dann los. Ganz grob, wie sie hin sein sollte. Ich glaube es am besten, wenn ich mich vom Baum ausbaue. Hier wird dann das Holz produziert. Hier wird die ganze Magie passieren für den kompletten Planet. Nein, das ist nicht das Zentrum. Aber hier wird Holz die ganze Zeit entstehen. Und jetzt müssen wir die ganze Schaltung außenrum bauen. Erstmal Punkt Null zu finden war gut. Ich wollte nicht allzu nah an den Planetenwand dran. Ihr müsst bedenken, hier vorne wird auch TNT die ganze Zeit runterfallen. Also da sollte jetzt erstmal nichts Kritisches in der Nähe sein. Deswegen richtig schön viel Platz. Das ist wunderbar. Ich habe schon mal die Dispenser hingesetzt, die dafür da sind zu bauen. Der, um erstmal überhaupt was drauf wachsen zu lassen. Aka Gras, Moos, Teppich oder halt die Azalea-Bäume. Und der dispenst die Azalea-Bäume groß oder halt auch das Gras. Also es wird auch Knochen verbraucht, wenn kein Dings da ist, sondern das Gras. Deswegen ist es ein bisschen ineffizient. Also es funktioniert und macht Lust. Deswegen ist mir das ziemlich bewusst und ist auch selbst gemacht. Ja, muss ich mal betonen. Okay, ich lege mal los. Das heißt, Timelapse kickt jetzt hoffentlich rein. Und wir starten mal und bauen das auf. Leute, was ist der Ort, wo man... eher am wenigsten stehen möchte in einer Explosionskammer einer Holzfarm. Aber keine Sorge, die ist noch nicht da. Also der Duper ist oben noch nicht drauf. Ich habe mich jetzt mal rangemacht. Also im Wesentlichen steht die Farm. Das war eigentlich nicht viel. Also die ruckzuck zusammen. Ich musste halt gelegentlich nochmal hier und da gucken, wie ich es nochmal gemacht hatte. Ich würde dann einfach mal lang gehen. Packe jetzt gleich hier unten die Plattform, wo das drauf fallen soll. Den Duper noch dran. Und dann sind wir eigentlich fertig. Also wir müssen selbstverständlich noch rangehen und hier hinten die Itemspur ziehen. Das heißt, von ganz da oben oder so. Die dürfen dann hier runterfallen senkrecht. Und hier müssen die einsortiert werden. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da eine Kiste als Puffer dazwischen mache. Wahrscheinlich machen wir da auch eine Doppelkiste dazwischen als Puffer. Aber ja, das wird dann auch ein bisschen dauern, bis sich das aufhüllt. Und so viel dazu. Und jetzt heißt hier eine Reihe Hopper entlang bringen. Oder ich mache das so, ich verzichte auf Hopper. Und wir machen hier einfach noch einen weiteren Wasserstrom, der ins Tee verlegt. Ja, machen wir das doch. Wasser einmal kommen rein. Ich dachte, ich lasse jetzt hier nicht nur die Timelapse durchlaufen, sondern ich zeige euch auch ein kleines bisschen hier so live beim Bauen, was wir hier machen und sowas abging. Die Timelapse wird das Ganze am Ende einfach abrunden, dass ihr das auch nochmal schnell durch Lauf seht. Das heißt auch, hallo, Timelapse, hallo, Timelapse. Oder wo auch immer die gerade rumfliegt, rumfliegen würde. Aufnahme läuft ja. So, dann nehme ich das hier auch mit. Also Wasserströme kenne ich bald innen- und auswendig, Leute. So viele Wasserströme schon gemacht. Kennen wir bald innenauswendig. Das alles wirklich, ich komme da nicht durcheinander mehr. Meistens jedenfalls. Witzig wäre es, wenn ich jetzt durcheinander komme, aber ist nicht der Fall. Gut, passt. Fast, das fließt jetzt runter, direkt auf einen Wasserstrom, der die Items ins Lager transportiert. Das heißt, wir machen dieses Loch, verbinden wir mit unserem Lagersystem. Das ist ja easy. Dann müssen wir einfach nur hier runtergehen, ne? Flup. Die Items runterdroppen lassen und dann hier so einspeisen. Oder hier einspeisen. Die kommen dann von der Seite hier rein, zack, und fahren ins Lager. Hä? Ja, easy. Wirklich super simpel. Ich würde es mit Glas, würde ich sagen, noch so einen kleinen Fallschacht machen, weil das Problem ist, wenn man die irgendwie dispenst, dass die nicht senkrecht runterfallen. So richtig. Also ganz klein bisschen Glas runterziehen, so eine kleine Öffnung. Die haben wir schon an anderen Stellen auch. Da oben zum Beispiel, da haben wir das auch gemacht, damit die wirklich gerade senkrecht runterfallen. Und da wieder Kaktus. Gut, dann. Oh, ich muss mal in Kaktuskiste gucken. Die müssten bald voll sein. Egal, schauen wir mal. Weil Kaktus wieder auch die ganze Zeit produziert. Ich würde sagen, ich mache das mal weiter. Und wir sehen uns wieder. Und wir sehen uns wieder. Tschüss. Tschüss. Okay, Leute. Das Zulieferer-System ist am Start. Ich habe jetzt hier die weiße Spur entlanggezogen. Die übern alles läuft, passt, wackelt. Da sind wir echt durch. Und ich habe jetzt mal hier hinten Bescheid gesagt an der Kiste dran. Oh, da kommt sogar, es kommt Knochenmüll direkt schon rein. Die füllt sich jetzt auf. Ich habe hier hinten bei der Kiste einen Comparator dran gesetzt. Und ja. An manchen Stellen fährt es anscheinend zu schnell. Ab und zu rutscht ein bisschen Baum hier noch durch. Können wir das irgendwie so machen, dass wir endlich einen Kreislauf machen, dass alles, was bei den Farmen durchrutscht, einfach wieder in die Mossfarm reinknallt oder so? Hier ist auch wieder was durchgerutscht. Das ist hier. Ich habe doch eine Idee. Da mache ich aber eben einen dritten Hopper hin. Dann sagt man, da kommt die dritte Hopper. Irgendwie fliegen die jetzt so schnell durch. Jedenfalls. Ja, also die Alten-Spur geht weg. Die macht sich. Ich wollte es hier oben zeigen. Von der Kiste. Signal ist nicht stark genug. Und deswegen ist hinten die Fackel aus. Da gibt es hier eine Treppe. Ich habe mal Quarz-Slaps genommen, weil das hier die weiße Spur ist. Die weiße Spur fragt noch mehr an. Nach oben, nach oben, nach oben. Habe ich oben angezapft. Und jetzt wird so lange hier runtergeschmissen, bis mein System sagt, jo, ich habe genug Bauenmehl. So, dann muss ich mal ganz kurz das so machen, in der Hoffnung, dass kein Bauenmehl mehr aus Versehen hier runter vorbeischlittert. Jetzt habe ich hier drei Hopper übereinander. Oder hintereinander. Und wehe, jetzt rutscht noch was durch, ohne dass es eingesaugt wird. Ich hoffe nicht. Und jetzt heißt es, wir müssen warten, bis sich das füllt. Wir können mal gucken, ob alles gut verteilt wird. Also hier im Dispenser ist noch nichts drin. Da im Dispenser auch noch nicht. Lass mich raten, dieser hier füllt sich zuerst auf der Priorität. Jo, hat er auch. Der hat Priorität. Es ist aber der, der am wenigsten Knochenmüll braucht. Trotzdem hat er Priorität. Dann füllt sich dann die Nachricht, nach die Hoppe auf. Das wird jetzt eine Weile dauern, bis alles vollgelaufen ist. Weiß ich nicht. Es dauert vielleicht sogar eine halbe Stunde, bis alles vollgelaufen ist. Aber wichtig ist, dass erstmal die Dispenser alles reinkriegen und die Pufferkiste, die kann ja immer noch volllaufen, wenn sie lustig ist. Das brauchen wir ja nicht jetzt. Dann müssen wir nicht dabei stehen. Die Farm ist gleich bereit für den ersten Test. Ich werde es euch zeigen. So, meine Damen und Herren. Ich hoffe mal, alle Timelapses sind durch. Ich habe es, glaube ich, hingekriegt. Alles fertig. Wir haben unten noch die Sortierstation gemacht. Das Item Dispense System, dass es in den Wasserstrom hier unten runter geht. Also, ne. Komposter drauf, gegen Lags. Items werden hier rausgedroppt. Filter ist drin. Komposter. Items fliegen runter. Das muss eigentlich alles klappen. Und ich darf auch ganz froh verkünden, dass die Anlage vollgetankt ist. Sie ist einfach vollgetankt. Hier, gut, hängt noch ein kleines bisschen was drin, aber die Kiste ist voll. So, Leute. Wir legen den Hebel um und starten mit dem Test. Ist nicht so, dass alles schon perfekt von Anfang gelaufen ist. Ich habe noch mal ganz kleine Erinnerungen gemacht. Wir haben das Becken noch ein bisschen größer gemacht, über die mich das verschoben platziert. Warum auch immer. Einen falschen Ankerpunkt genommen. Und ich glaube, ich habe hier mal auch einen Block, das versetzt gehabt. Passiert. Aber ist egal. Da könnte man ein paar Sachen kürzen. Können den Kondensator noch nach vorne schieben, aber das ist wurscht. Leute, ich drücke einfach mal den Knopf und jetzt sollte hoffentlich alles funktionieren. Denkt dran, die Farm hier vorne wird jetzt gleich loslegen. Und ich habe den Hebel auch nochmal runtergelegt, mir ein bisschen Platz geschaffen. Ich werde das noch verknüpfen hier mit was anderem. Oh, und der erste Baum ist auch direkt schon gewachsen. Es geht, Leute, es geht. Man kann es hier nicht so gut sehen. Ich gehe mal ganz kurz nach oben. Da haben wir es doch. Also, ich werde das hier mit der Moosfarme geknüpfen, dass wenn ich auf der Druckplatte stehe, die Moosfarme läuft und die Baumfarme sozusagen parallel. Aber die Baumfarme verbraucht, es läuft einfach. Die wird viel, viel mehr Holz, äh, Knochenmeer verbrauchen, als produziert wird. Das heißt, eventuell wird es irgendwann out of bone meal sein und nur langsam laufen, aber das ist ja egal. So, und dann schauen wir doch mal. Ähm, da vorne wird saftig dispensed. Fein. Und immer, wenn dort ein Arzaleen-Setzling platziert wird und kein Gras, auch noch kein Teppich, dann wird dort ein Baum wachsen und sofort groß gedüngt und dann weiter geschoben zur Seite. Und jetzt ist da vorne ein Seppling, aber das ist leider an der falschen Stelle. Und jetzt ist ein Baum gewachsen und zack, alles wird einfach nach vorne gerückt. Sehr schön. Und da ist wieder ein Baum gewachsen. Leute, ich habe ausgerechnet bereits schon im Vorne rein, diese Farm produziert 1000 Holz die Stunde. Also, 960 circa, 960 Holz war meiner Messzeitraum. Äh, ich hoffe mal, dass ich einen schlechten Run hatte. Also, ich sage mal, ganz roundabout 1000 Holzstämme pro Stunde durch full AFK. Ich muss nichts machen, also hier stehen, das Ding produziert jetzt für mich Holzstämme und wir wandeln einfach nur Knochen mehr in Holz um. Es ist so satisfying. Ihr seht dort hinten gleich, die ersten Holzstämme sind im Blastradius drin vom TNT und sollten abgeerntet werden. Da fehlt nicht viel. Das ist leider noch nicht ganz angekommen. Am Anfang muss ich erstmal die komplette Reihe füllen. So, und da fällt wieder runter und there we go. Die Items werden eingesammelt, alles weitere wird durchkompostiert, was kein Holz ist. Das Holz und Sticks werden direkt ins Lager geworfen. Das heißt, wenn ich hier oben stehe und mal runter gucke, dann müssten dort, da fährt Holz entlang. Ja, Holz einfach, Holz ohne Witz. Ich habe jetzt unlimited Holz. Kaboom. Und diese Aussage wurde mit einer Explosion untermalt. Finde ich schön. Also, ich bin da überlegen, vielleicht noch irgendwie so ein, wollen wir einen Ausguck machen oder so? Eigentlich, eigentlich passt das. Ich hätte jetzt hier die Bodenblöcke noch weitergeführt. Wir können das ja einfach mal ein bisschen laufen lassen. Es ist so satisfying, zum Zugucken. Wie alles in allem ineinander greift. Baumwärts wird zur Seite geschoben, alles so perfekt geplant. Zur Seite geschoben, dann ein bisschen runter zusammen gedrückt. Dann fährt er kurz vor, wartet, wartet, wartet auf den perfekten Moment, fährt wieder zurück. Bam. Mal gucken. Gleich den nächsten. Es macht so Spaß zuzuschauen. Vor allem, wenn es mal Eigenbau ist, komplett. Deswegen, dann schmeckt das nochmal besser. Genau, wie selbst gekocht, es mal besser schmeckt. Und zack, TNT kommt. Eigentlich ist es gar nicht mal ein spezielles Timing. Es explodiert halt einfach und es wird einfach ein Fehler abgefangen. Mal angenommen, es wachsen zwei Stämme hintereinander. Das wird ja heißen, dass eigentlich auch zwei TNTs hintereinander kommen. Aber ich musste verhindern, dass zu viel TNT in kurzer Zeit kommt, weil wenn ein TNT explodiert und das andere im Fall darüber ist, dann schleudert das TNT, was explodiert, das Fallende durch die Gegend und dann würde hier im Umkreis, keine Ahnung, wie der Planet zerstört werden. Das heißt, wir haben hier ein Sicherheitsmechanismus eingebaut und das ist der Kondensator hier oben und der blockt zusätzliche Signale. Also wenn ein Signal drin ist und jetzt auch ein zweites kommt, dann würde das nur nochmal verstärken und den verlängern, aber es würde kein zweites TNT werfen. So, ach na, jetzt kommt wieder einer. Satisfying. Und wenn der Kondensator aus ist, erst dann wird ein TNT geploppt. schön, sehr, sehr schön. Ja, und dann heißt es ab sofort oben, wenn wir ins Holzlager reingucken. Dann gilt es jetzt nur noch eines zu machen, das ganze AFK-ready zu machen, also über eine Druckplatte. Dazu werden wir auf den Einstellknopf dann jetzt hier so und zur Seite und runter führen und hier machen wir dann einen kleinen Raum, das einerseits nach da vorne das Signal fährt und gleichzeitig hier hoch und dann ist hier mein AFK-Room. Und den AFK-Room können wir vielleicht direkt hier neben den Wasserstrom machen, der die Items nach oben schiebt. Jetzt vielleicht nicht ganz daneben, sonst sammle ich alles ins Inventar ein, was da hochgeschossen wird. Wir dürfen ja nicht in den Lücken stehen. Aber da müssen wir mal gucken. So. Und dann machen wir, Hopperglock läuft, ne? Und dann machen wir das aus. Sehr schön. Und dann, das stoppt hier alles. Das hier hinten sollte jetzt alles stoppen. Es ist eigentlich auch sofort aus. Wir sehen dann hier vorne, wenn, ist eigentlich genug, wie sieht ein Knochenmehl aus? Müsste angefragt werden, oder? Nee, gerade nicht. Gerade wird kein Baumhild angefragt. Hä? Schafft es die Anlage nachher zu liefern, oder was ist hier los? Och nee, ich hatte noch was hier vorne drin. Ich hatte noch drin. Es ist was nachgeruht. Ich habe gar nicht so viel Baumhild verbraucht. Also, das Teil, das schluckt zwar ordentlich, aber so ultra viel jetzt auch nicht. Cool. Es wurde nichts Neues angefragt bisher, weil in dem einen Hopper wahrscheinlich noch genug drin war. Das ist doch mal nicht schlecht. Das wird die Farm. Tutorial wird irgendwann noch kommen, aber ich kann euch sagen, wann. Mal schauen, Crafter geht aktuell vorrangig.